hallo letzter jetzt gehen den klang zu haben mit einem luxus operieren um den raube verlaust zu lassen von jedem job vor allem kosten für den erwerb der notwendigen ausrüstung dann ja ich verkaufe gerade noch kurz ein auto was glaube ich viel geld bringt weil ich erst nicht weiß wie viel geld ich dafür brauche und zweitens das geld immer geld weil ich weiß schon welches auto ich mir jetzt straßenwagen gemalt weißt immer noch dass du maximal 30 autos haben kannst da ist es eigentlich aber welchen denn ok ich sag mir lieber was für eine nachmache das ist das ist mega bescheuert aber naja egal 6000 krieg für das auto ist ja nicht schlecht so und jetzt noch zu meinem eigenen haus komm hier der elektro lecken nicht weißt du hast kein laut von diesem elektroauto wenn du da drin sitzt ok ich kenne jacqueline hide ja jacqueline hide machen was ganz anderes Wow, wow, sorry, sorry, aber dieser Elektrowagen ist leise, ne, das ist echt das einzig Schöne daran, wenn man mal ruhig fahren will. Oh mein Gott, den hab ich eigentlich kommen sehen, aber der Elektrowagen hält das aus, der hält alles aus, passen wir durch, ich seh, das Haus schon, Michaels Wohnung, nein, das ist ne Palme. So, sorry, ich wollte so langen. Oh, ich hab Angst. Oh, zu mir in die Wohnung. Hallo, ich bin gerade. Hä? Also zu mir in die Wohnung kommt, weil ich da gab ihn. Verdammt, jetzt bin ich gerade schon beim Fahrstuhl. Mein Auto ist immer noch in die Arsche, was ist denn das? Oh, der Zaun Gottes ist. Der Zaun Gottes? War schon da gerade. Was? Der Zaun Gottes? Ah, dieses ist der Raubwürfelplantraum. Ha, Raubwürfel, der können hier geplant werden. So. Mit Handy, natürlich. Was mit Handy? Weiß ich, stell mir das vor, du machst so, jetzt wird so ein Banküberfall, ne? Setz dich so mit Handy auf dein Sofa. Äh, Einstellung bestätigen. Ja, geschlossen. Meine Freunde, ich lade dich jetzt ein, ne? Nö, Einladen. Fläserüberfallplanung. Kann. Trickball. Trickball. So, sehr schön. Oh, sehr schön. So, klingeltest du gerade bei mir? Oh! Du dringst in deinem Wohnung. Oh. Aha, ja, ja, ja. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist ein schönes Ort, das du hast. Sehr, äh, chic. Nichts wie ein Bourgeois-Bankrobber, um mich zu erinnern, wie verrückt die Los Santos wurde. In meinem Tag, die Psychos hatten zumindest die Dignität, um psychotisch zu sein. Heute ist es alles über, äh, home furnishings und going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but, uh, it's something, it's something, uh, very big. Not quite ready yet, but I wanted to, uh, see how you're doing. What I've got is a Fleece-Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off, but this time I'll, uh, cover the up front costs. Call it the, uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count, uh, getting locked up, or shot. So, you ready? And what do you think? You, uh, questions, comments, concerns? All right, what are you waiting for? Go see this place. You, uh, you have actually a white vest. Yeah. No. I don't know. You know what I'm reading right now? No. Yeah. Müller Wohlfahrt schmeißt den, äh, Job als, ähm, hier, Teamarzt hin. Ja? Müller Wohlfahrt. Ja? Ja, der, der Arzt. Schlecht hin. Schlecht hin. Ja, das ist erstens ein Zwei-Sitzer und zweitens ist das nicht letztes Auto. Aber er ist cooler. Das ist doch voll die Hipster-Karre, die wir hier haben. So, meine taciturnen Freunde, ich glaube, ihr wollt wissen, wie wir das machen. Wie geht's? Na, wunsch, wir müssen nachdenken. Wir fahren nach dem Banken, nachdenken, 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 nachdenken. Nicht sehr komplex. Wir sind nicht in, nicht mit einem Stich, sondern nachdenken. Wir sind nachdenken, nachdenken. Ich liebe meine score, ich liebe meine date. Ich bin über die Straße und bin nicht bewusst, dass sie sich beobachten. Ha, ha! Also, warum diese Banken über alle anderen Banken in der Stadt? Warum die Fortune aufwärts? Für diesen? Hmm? Eine gute Frage. Sie sind voll von guten Fragen. Sie sind wie ein Kind der Eltern denken, das ist clever. Oder die IRS. Well, diese Banken hat ein paar Angelegenheiten 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 und die Gäste und die Gäste und die Gäste und die Banken werden mehr von ein paar Rumpel-Noten von Attil. Also, eine kleine Escalation ist wertig, wenn du das Plus, die See view, nichts wie nach dem Meer von 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 Schade, dass man die Blinker nicht setzen kann, das wäre irgendein paar lustige Wesen. Sturz. Die Boxen sind in der dritten, hinter der Tür. Wir wollen Box No. 167. Ja, das ist auf der Straße mit gutem Wissen. Das funktioniert für dich. Du kannst raus schnell, aber es funktioniert auch für die Polizei. Sprecher die Zeit der Antwort. Okay? Okay. Enough von diesem Peeper-Krapp. Wir gehen zur Garmentfaktor. Jetzt, wenn du eine gute Sleut-Up-Dick-Muth hast, dann kannst du das Sicherheitssystem machen. Ich habe ein schönes Programm geschrieben, das die meisten der Arbeit für dich machen wird. Aber es ist wahrscheinlich eine gute Idee, dass du dich selbst mit ihm familiarisieren kannst. Du, in der Passagierseite. Ich habe es in deinem Telefon. Du hast es für einen langen Rund. Du hast es tatsächlich sogar dein Handy in der Hand. Das ist ein Disaster. Warte mal. Das steht bei mir sogar auch. Ich kann den Hinhalt auf deinem Handy lesen. Das finde ich gerade echt mega. Ja. Ich liebe das hier zum Ausgangsanschluss. Ach so. Ach so, siehst du nicht, du darfst halt nicht... Ach die Kacke! Mhm. Oh, so schwer ist das aber nicht. So. Na gucken wir mal, was uns das bringt. So, drei Stück. Ist vielleicht schon schwieriger. Ist doch diesen Strich. Warte, welchen Strich. Ich sehe da keinen Strich. Oh, scheiße. Ja. Sorry, Lester. Ich muss gerade auf das Handy von meinem Beifahrer gucken. Nesterchen von Italien jetzt gerade wirklich. Du findest das gut. Nichts, was wir uns erwartet haben. Kannst du die Intelligenz zusammenkommen? Schleifte, um auf ein Notarbeinigung zu gehen. Ja, plus all das Gerät, das wir gesprochen haben. Ich werde es mit einem Punkt und einer Linie durch so einen Schlingel von Tüterschaltpreisen zu... ...äh, nicht zu fehlen. Hm. Das ist so wie die Wörter des Game. Ja. Oh, dass es nicht die Wörter des Game wird. Das wäre ein bisschen hart. Ja. Oh mein Gott. Hey! 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 Hey, das könnte mir helfen sein können. Hör mich mit. Hör zu, und wenn du so gelbst, wachst du dich öffn. Ha! Und ich habe ein eingefrorenes Bild. Das heißt, wir sind gleich jeweils alleine. Das war echt. Was ich mega fucking scheiße finde. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, bei diesen Temperaturen schmiert mein PC ab einfach so. Ich guck mal gerade, wie waren die Kraft? 52, und der ist eine ganz normale Temperatur. Ich weiß nicht, bin ich bei dir schon raus? Aber ich habe Glück. Was? Mitbekommen. Ah, ich noch nicht. Ich hänge aber noch im Ladebildschirm. Ah, jetzt ist es bei mir vorbei. Ja, Spieler vor Ort, super. Das ist so eine Hurengefickte Mistscheiße, dieses Spiel gerade. Wenn das am Ende des Heats passiert, wo wir fast fertig sind, ne? Dann würde ich wahrscheinlich GTA Online einmachen. Das wäre mir dann wahrscheinlich zu blöd. Ich glaube, dann geht der Partner von dir. Ach du, ey, wir haben jetzt 15 Minuten, da kann man das dann schon fast beenden. Dann würde ich sagen, dass wir das beenden, wir machen das nächstes Mal nochmal. Ja, stimmt auch wieder. Ja, stimmt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.